Hi, herzlich willkommen auf tubalern.de. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und heute ist Weihnachten und ich wünsche dir von Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und um Weihnachten gebührend zu feiern, habe ich mir gedacht, lass uns doch ein bisschen Weihnachtsmusik machen. Ich habe dafür einen Choral aufgeschrieben, ein bekanntes Weihnachtslied aus dem 18. Jahrhundert, Adeste Fidelis. Man kennt es auch unter Herbei o ihr Gläubigen oder Nun freut euch, ihr Christen. Und es gibt natürlich auch noch viele anderssprachige Titel von diesem Lied. Weil ich dieses Lied so schön finde, habe ich es als Duett aufgeschrieben und in diesem Video hier spiele ich die zweite Stimme. Das heißt, du kannst dieses Video hier nutzen, um die zweite Stimme zu üben oder du kannst dieses Video hier nutzen, um die erste Stimme dazu zu spielen. Die Noten findest du im ersten Link unter dem Video. Da kannst du die kostenlos runterladen und dann können wir gleich loslegen. Es gibt noch ein anderes Video, was ich an dieser Stelle hier oben verlinke und da spiele ich die erste Stimme. Das heißt, das kannst du nutzen, um die erste Stimme zu üben oder um die zweite Stimme dazu zu spielen. Die Noten gibt es natürlich wie immer in der normalen Tuba-Schreibweise, in der oktavierten Schreibweise für Posaunenchor-Tubistinnen und Tubisten und auch im Violinschlüssel in B. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich zähle zwei Takte vor. Eins, zwei, zwei. Zähle zwei Das war's für heute. Dann wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen guten Start, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Viel Spaß und viel Freude beim Üben und Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020